So, ich hoffe man kann es sehen. Ich hoffe man kann es hören. Ich habe mir so eine Actioncam geholt. Und wir werden jetzt mal ein bisschen ausprobieren, wie das so wird. Ich meine, wir sind jetzt hier auf Full HD, 60 Bildern. Sonst filme ich auch immer auf 50 Bildern per Sekunde. Und die Kamera kann zwar auch 4K, aber wir sind die Bilder lieber. Schauen wir einfach mal, wie die sich so mit Gegenlicht macht. Das Gute ist einfach, ich kann mit dem mit dem Hund spielen. Ohne dass ich die ganze Zeit gucken muss, was ich filme und mache. Ich muss nur noch den Winkel richtig trennen. Ich lasse jetzt nicht los. Und du? Aus. Mach Sitz. Ich möchte vor allem herausfinden, wie das ist mit dem Wackel. Wenn ich jetzt nochmal gehe, ob das jetzt geht oder ob das zu sehr wackelt. Ich habe gerade die Bildstabilisierung. Ist vielleicht nochmal eine Geschichte für sie selbst. Weil wenn es so großartig rum wackelt, dann ist es nicht schön zum Anschauen. Was ist denn das? Ich spiele noch ein bisschen Ball. Ich bin in der Bewegung. Ich bin in der 마음에 Spur. Ich bin hier imなんですchenken. Schiff! Schiff! Ein! A�ai, ein ne, einw Obviously du nicht mit den Wackel. Nirgends am Zittern. Erre. Ich hätte etwas besser sagen, am schmatzen. So eine läufige Hündin, ha? Das habe ich schon ein paar Mal gehört, dass sie dann am Anfang so... ...denn sehen. Ihr Champion könnt ihr nicht sagen, wenn hier so eine läufige Hündin war. Das geht nicht. Ich muss mal hier gucken, ja? Ich muss mal hier gucken, ob ich überhaupt so das Bild bekomme. Achso. Ich fühle mich die ganze Zeit daneben. So ist das ganz gut. Der ist gerade am Zähnenklappen. Was ist los? Hol den Ball. Hol den Ball. Hier, komm. Ich habe schon ein paar Mal gehört, dass wenn die das dann in die Arden kommen, dass sie dann anfangen so zu klachern. Hm? Alter Opa. Ich muss nur ab und zu mal aufs Handy nachgucken. Oh, ich habe den richtigen Winkel dran. So? Ja? Er ist ja mittig. Ich habe da so ein Livebild. Oh, ist fein. So. Gegenlicht haben wir jetzt nicht so viel. Aber ich habe gehört, dass sie immer so ein bisschen Schwierigkeiten haben, wenn es ein bisschen ist dunkler geht. Wenn es ein bisschen ist dunkler geht. Kamera. Aus so den Doppel. Die sind hell und dunkel. Ich mache die aber so ganz in Ordnung mit. Dein Bildschirm sieht so aus, als wäre es eigentlich auch in Ordnung mit dem Wackeln. ganz schlecht beurteilt. Vielleicht mache ich das mal auf Breitbild. Boah. Wollte eigentlich gehen, hm? So. Genau. Da ist er schon wieder am Riechen. Das ist ganz gut, dass ich jetzt mit der Kamera aufnehme. Weil ich muss den ein bisschen beobachten. Komm her. Wir waren auch beim Arzt. Weil der ja der Zeit lang Wimpf hatte. Und traf eine Kotzerei. Die Kotzerei kam, glaube ich, von den Halsknochen. Weil er da kam ab. Weil er da die Knochen runtergeschlüpft hat. Aber die ganze Zeit diese Dimpfe von so einem Blödsinn, ich weiß nicht. Kann natürlich auch an den Knochen liegen. Aber er fängt jetzt im Moment so an, hier Späßchen zu treiben. Mal schauen. Mal schauen. Ich hoffe, dass die Kronenjubelen dran sind. Und dass wir nicht weit hin müssen. Kommt her. Kommt her. Kommt, nimm den Ball mit. Nein. Nimm den Ball mit. Wieso? Ach... Ah. Der, der, der verhält sich schon komisch. Der, der ist schon da... Aus... Schauen wir mal, ob das hier noch gut klappt. Wir gehen noch ein bisschen weiter runter. Wenn ich jetzt gerade rauskoppelte, ist das schon ein bisschen gut. Ich muss noch mal auf den Magnus kehren hier. Schauen wir mal. 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 Schauen wir mal.